Frögen Norris. Alter, Gebt. Ich dachte, er war ein Kind. Nichts Gesellschafts-Kindes war ein Kind, aber nicht ein Kind. Was sagt er, Mann? Ja. Herr Monsieur l'Admirale Trottenskold, ich habe den Ehre zu bekommen, Your Lordship's Pleasant Letter. Having read it over and over again, I have become convinced of your abilities not only as an admiral, but as a husband and father as well. Admiral? Ich habe vielleicht vergessen, wie gesagt, Admiral. Das ist nicht praktisch. In den kommenden Monaten I shall travel to Hanover with King George Court. Maybe you have the opportunity to visit me there. Looking forward to be acquainted other than in writing with your Lordship, Jane Norris. Ah, Er... Alt ik kefter han. Så skriver han et brevet hos for min fils. Det er sådan, man gør nu? Hvad nu hvis we're making a gold digger? Det er jo hende, der er god for 80.000, men du har jo bare en brygdel af den sum. Mm. Er der måske ved at undersøge? Hannover. Der muss etwas in dein Leben sein.